grüßt euch so wie gesagt an derselben stelle wieder so was haben wir jetzt hier wo sind wir jetzt hier künstler meine güte zu mir sind jetzt wir sind hier oben das ist supermarkt west supermarkt west was kriegten ihr supermarkt west das ist die paar kartoffeln äh kartoffeln genau die anderen kartoffeln sind dort hinten ist gleich selbe stelle aber okay also bloß die paar kartoffeln hier das sind ein guter das hast du gesagt sind gerade fällt vier 870.000 € also einiges 870.000 € alles natürlich heftig 870.000 Karotten Verdammter Mist Warte, jetzt habe ich hier an Geld gekickt, muss ich mir das wieder gutschreiben. Abziehen meine ich. 138.105 Hupsala Vergessen umzustellen 138.105 138.105 Hupsala Stimmt dieser? Ja Gut So warte 500.000 stimmt aber nie weiß cool Karotten Bitte 500 600 700 800 300.000 Bin ich da jetzt richtig? Ja 370.000 So Einstellen 370.000 Hat sogar gereicht. Wir haben wieder 3.000 gut gemacht. Egal. So Gut Gut Die anderen Karotten kommen hinter Die kommen hier zu dem Hotel hinter So Mal gucken wie viel das sind Woanders noch Genau Und bloß noch Die Karotten Hier Genau Also gar nicht mehr so viel Aber ist ja schon was da So Was fehlt denn hier noch 370 Oh Ist doch noch einiges 370 400 500 500 580 590 600.000 Okay 600.000 Karotten So Nummer 1 Fertig So Das müssen jetzt nochmal 100.000 sein Die hier fehlen Ist das richtig? Mö 86.000 bloß noch Ist nicht gut verrechnet Egal Gut Dann machen wir uns mal 80.000 Oder nee 83.000 Ne Wir machen 80 Stimmt Wir machen 80 Stimmt Hm Ähm Ähm Einstellen 80.000 Reicht auch 37.000 Reicht auch 37.000 Müsste jetzt auch Olli Sein Gehen Genau Gut Dann fahren wir jetzt rüber Zu den zwei anderen Also Die Fragezeichen gehen weg Sobald Hier nicht mehr hab So Wie fahren wir da jetzt am günstigsten Wir sind jetzt dort Wir fahren jetzt Wir fahren jetzt Äh Total beschissen jetzt dort rüber zu fahren Gibt keinen einfachen Weg Alles umständliche Alles umständliche Alles umständliche So Jetzt macht eigentlich mein Helfer was Was Kommt nicht mit Dass irgendwas gesagt hat Der steht Wo steht denn der wieder Wo steht denn der Habe ich wieder hier Irgendwie Habt ihr bestimmt auch wieder gesehen Ne Habt euch gedacht Mensch dann kriegt das denn endlich mal mit So Wo wollte ich hin Veld 70 Wieder vergessen einzugeben Hier oben Veld 70 So Könnt du jetzt bitte Könnt du jetzt bitte fahren Danke Ich bin schon immer wundern Dass hier kein Signal kommt Dass der angekommen ist Und Arbeitet Das ist Ich kann nicht mehr Irgendwie kommt So und so viel Prozent Erleitet schon So Wir fahren hier rum Oder Ne Wir können auch hier Und dort Ja Es geht So Ich bin Beschissen dort hinzukommen Von hier aus Zumindest Deswegen Fahre ich jetzt Große Karte Weil Es ist wirklich beschissen ist Jetzt dort ranzukommen Von der Position aus Wo ich gerade war Ist es Nicht gerade schön gewesen Das ist Das ist Das ist Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui, 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 ui. 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 Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. 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 500 600 kannst du glaube ich zwei voll machen und kuhl wort liebisch hier heute kohlen sie die ist fertig zweiter ist fertig zwei sind fertig geworden was haben wir jetzt mal android cool der hat schon was kannst du noch mal in 500 ob es da 430 ganz nummer in kompletten kann man noch mal komplett voll machen eine million haben wir jetzt abgegeben reicht es nicht ganz schade eine million haben abgegeben was haben wir rausgeholt 1,4 fast 1,4 fast rausgeholt aber noch nicht wie übergeblieben beim rotkoll also rotkoll waren die sehr gut zu mir das brauchen jetzt noch fehlen noch für macht stausend noch mal 80 einstellen 80.000 reicht das ja reicht sehr schön gut muss die hier weg sein genau wo hängsten irgendwo da gegangen so jetzt müssen wir zu dem andern noch wo sind wir dort ist immer so die hürse noch abgeben wo sind die kammer wieder so beschließen hier meine güte naja ist angekommen so hier müssen wir irgendwo genau die hier müssen wir abbiegen hier müssen wir rein so so was kriegst du kann ja nicht nur die hürse sein und zwar 120.000 hürse 120.000 machen wir mal sehen ob das schon reicht da ist noch was wissen wir 95 kriegst nur 6 für mir das tut mir herumhandeln wie viel kriegt noch unglaublich 6.000 kriegst du noch ich will wirklich genau das haben oder was da ist er meine gute haben wir noch 1500 rausgeholt gott bringt mir eh nicht aber ist eigentlich voll gemüllgold so gut haben wir das alles erledigt können wir das da gleich mal abschließen hier alles so dann werden wir jetzt gleich mal unser geld bezahlen für die für das was wir uns jetzt was mir abgekauft haben ja mal gleich mal machen so geld entfernen 800 9000 8884 unglaublich unglaublich jetzt müssen wir durch 800.000 haben wir noch 400.000 mehr als ich eben wie eingenommen also muss ich mindestens 400.000 rauskriegen kriegen wir hin kriegen wir locker hin gut in ordnung dann werden wir jetzt zurück auf den hof fahren wenn wir einen grubber schnappen rechts rum links rum wir müssen uns einen grubber schnappen und anfangen mit grubber können wir eigentlich gleich noch bei öfträgen wieder rein holen stimmt weil es muss bestimmt auch einiges gegrubbert werden oder wenn ich sogar alles weiß ich jetzt nicht genau und der tut hier hacken und gucken wir mal wer ansehen tut ob ich es mache oder wer es macht wer schneller ist mit seinen aufträgen gut, dann haben wir sehen aber ich denke mal mit den aufträgen die wir jetzt hier haben kriegen wir das geld auf jeden fall wieder rein dass wir uns die produktion dieses jahr auf jeden fall noch, aber man weiß ich noch nicht mal gucken es kommt, na gut wenn jetzt wirklich nur Kartoffeln und Zuckerrüben geerntet werden Zwiebeln waren noch keine stimmt, Zwiebeln ist ja auch noch was links rum, oder? bin ich denn? eine gute Frage, wo ich bin wo bin ich denn? ich sehe mich nicht ich weiß nicht wo ich bin wo bewegt denn sich hier was? wo bewegt denn sich hier was? sag mal, bin ich wirklich so? ach dort bin ich genau da hinter ähm ähm ne, falsche Richtung kann ich mich natürlich nicht sehen, wenn ich genau hinter so einem Zeichen bin schlimm hier lang bitte durch den Tunnel wieder, oder? ja ja durch den Tunnel wieder so so, später haben sie schon über dreiviertel Sechse ach so, oh, wann wurde denn der jetzt fertig mit? machen wir 17 Uhr, war der fertig mit? ich weiß es jetzt nicht genau, hab ich vergessen auf die Uhr zu gucken so, wann wurde er mit abfahren? komm, wir machen 17 Uhr 15 halbe Stunde äh, wir machen 17 Uhr 15 hab ich ganz vergessen aufzuschreiben die Uhrzeit so weil mir nicht gerade eingefallen ist, dass wir jetzt wieder auf den MotsW spielen können weil er jetzt nicht mehr stundenweise bezahlt wird deswegen ist es mir aufgefallen, dass ich nicht die Zeit nicht aufgeschrieben habe so, wie sieht es denn aus hier? 23 Minuten, naja wir haben wirklich fast zwei Videos gebraucht um das ganze Zeug hier zu machen naja, okay naja, ist es halt so aber da seht ihr immer, wie ich das jetzt eigentlich mache ja gut, wenn ich hier mal ein paar Euro noch dazu mehr rauskomme wenn ich wieder ein bisschen zu viel abgeben naja, dann ist es ja mein Gott da tue ich jetzt nicht nur die paar Pimperlinge abziehen damit wäre ich nicht reich mit dem bisschen was da ab und zu mal drüber ist vielleicht aber ich habe auch schon Punkt Landung hingelegt ich habe schon nur vergessen, wo ich lang muss ich mache es schon, wie ich fahren wollte ich habe es ja schon hingelegt, dass es genau wirklich dass ich kein Geld gutgeschrieben gelegt habe, also eine Punkt Landung aber dieser war es halt zweimal 3.000 Euro naja, mein Gott ich könnte mir jetzt 6.000 Euro abziehen, aber komm ja, jetzt ich habe gerade genug Geld abgezogen komm, ich sehe 6.000 Euro ich meine bald soo uieieieieiei das war ja zu schnell soo wenn wir den Glas mal waschen, ja die Dreck kochen es geht ja gar nicht damit fahr ich nicht mehr reisen rum sehr gut dann gucken wir gleich mal neue Verträge müsste eigentlich alles kubbernden Flügen sein alles kubbern ja ist super nein mach ich ich bin 185 lecker aufträge jetzt die wurde ihn erst mal wieder wegstellen im raum jetzt nie mehr und in den ins kub damit genug zu gruppen schon fertig ist sehr schön könnt ihr wohl zu den stunden kommen erste dünge stufe kommen doch im akku ist dort gleich noch ein ansehen theoretisch müsste da jetzt was zu düngen kommen wenn ich nicht schon dünge aufträge habe ich bin schon alt ich kann meinen kopf nicht mehr so schnell drehen zweite richtung steht eigentlich unsere sämaschine so weit hier drüben passt das ja eher so ist das der gruppe ich gucke da mal lieber mal noch ja gut in ordnung ich würde sagen ich fange jetzt an mit kuppern ja das video ist aber überwenden sind so etwas mal ein bisschen weniger 30 minuten auch ist ja nicht schlimm ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen kuppern und dann werden wir mal gucken wenn ich euch das nächste mal dazu hole vielleicht auch jetzt während des kuppern schon mal mal gucken überlege ich mir noch gut dann bis zum nächsten mal bis dahin ciao